So, da bin ich wieder in eurem kleinen Schnitt, wo ich natürlich gleich gestorben bin, vorher, aber das weiß ich natürlich nicht mehr. Ach, Alter, Hilfe! Was sind das denn für Mist hier? Wie viel da noch? Boah, ey. Nein, das war nicht fair. Äh, nicht fair. Hilfe! Äh, auch, Alter. Wenn ich ja mal ein paar treffen würde, ne? Aber nein. Stattdessen, jetzt habe ich hasse es in, an SESSEC gelernt, nur wo ich nicht wollte, das ist egal. Ich würde eigentlich ausweichen. So. Mach mal ein Looping. Das war es irgendwie ein bisschen dumm, aber egal. Wenigstens, äh. Äh. Alter. Pfff. Ja, danke auch. Nerv. Anders kann ich es einfach nicht beschreiben. Nerv. Ich weiß es einfach nur noch aus. Fertig. Ginge... Nein, ich wollte... Ich habe da A gedrückt. Äh. Ey. Ich hänge es an dieser einen Stelle fest. Das gibt es nicht, ne? Das gibt es nicht. Scheiß auf das... Hm. Ist das hier die Schleifte des Spiels, oder was? Hilfe. Ach, ja, genau. Genau in dem Moment kommt ein scheiß Flugzeug. Ich will nicht, dass das getroffen wird, das Flugzeug. Papiert ist nicht. Junge. Mann. Das Spiel macht mich fertig. Alles einfach. Es macht mich fertig. Ich will die beiden Flugzeuge einfach behalten. Das gibt es nicht. Ich will auch mal Leben behalten. Och, hallo. Boah, ey. Komm, komm, komm. Nicht. Nein. Ach, scheiß drauf. Mit einem Flugzeug schaue ich das auch. Na, jetzt hat er abgeschweigert. Es ist natürlich schwieriger, die zu treffen. Toll. Ey, Hilfe. Hilfe. Es ist leichter, es auszubereichen, weil ich es nur noch auf einem Flugzeug achten. Muss, aber trotzdem schwierig. Hilfe. Weil ich kann es nicht einfach schnell genug wegschießen. Bamsen, warum sag ich? Bamsen, äh, wegschießen kann. Oh, Levelende. Stageende, endlich. Boah, ey. 19 Stages. Das kann es werden. Das kann es werden. Oh, ein Power-Up. Ach, nur so eins. Ich will auch nicht wieder Flugzeuge haben. Oh, Gott, sonne, als Katzen. Ich bin ein bisschen konzentriert gerade. Konzentriert hier nicht, äh, betroffen zu werden. Wie fast eben. Hilfe. Hilfe. Ja. Frags macht genau den ersten Schnitt. Danke auch. Ja man, nicht mehr Flugzeuge. Ich will ihm also Power-Up. Aber man gibt mir auch keins. Mein Güte. Und wie Sie es sehen, scheint leichter zu sein, als Sie davor mit den Monster vielen Flugzeugen. Auch wenn die Landschaft sich nicht besonders achtet. Übrigens habe ich herausgefunden, das sind die japanischen Flugzeuge. Und wir sind, äh, Amerikaner, demach. Das heißt, wir ballern hier auf dem NES. Auf dem NES, müsst ihr euch mal überlegen. Auf der japanischen Spielkonsole. Oh, ha, ha, ha. Auf, ähm, japanische Flugzeuge. Äh, äh, nein. Jetzt habe ich das. Nein, ne, jetzt habe ich da. Hm, scheiße. Jetzt habe ich da einen Z-Stack erst gemacht. Oh, wie dumm bin ich denn. Oh. Es lief so gut. Ich wette, da wäre ein bisschen das letzte Ende gewesen. Wollen wir wetten? Na, egal. Wie viele Punkte haben wir eigentlich? 413.000. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Ich glaube, schon recht viel, oder? Weil wir auch im Schnitt viele Flugzeuge treffen, wenn ich immer so, 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 Mods mehr ins Spiel kommen würden. Und die Steuerung ist so träge. Äh, aha. Das hasse ich an dem Spiel. Das habe ich auch deutlich nur ganz erwähnt. Ich weiß, dass die Steuerung so beschissen ist. Die ist einfach nur viel zu träge auf dem Steuerkreuz. Ich weiß ja nicht, wie die Steuerung auf dem, ähm, Ach, Mist. Auf dem, ähm, Na, komm, auf dem Arcade wäre. Ich weiß noch nicht mal, ob das ein Joystick hatte, das Spiel damals. Müsste es eigentlich gehabt haben, oder? Ich habe nicht im Wikipedia-Nach- der Arcade-Weson gegoogelt. Ja, klar, klein. Toll, auf Wikipedia-Nach- der Arcade-Weson gegoogelt. Tolles Deutsch. Äh, tolle Zusammenhang. Ähm, gesucht, meine ich. Und daher... Oh, was ist das? 5000 Punkte. Yay. Ich spreche ab. Und weiter geht's. Und ihr werdet natürlich gleich mal getroffen. So, da ich jetzt weiß, dass da was kam. Ja, klar, danke auch. Wie unfair ist das denn? Oh, jetzt habe ich es anscheinend... Ah. Vorher getroffen, aber ich bin das auch natürlich getroffen worden. Wo sie schießen konnten. Ja, komm, stirb ich für 1000 Punkte. Danke. Na gut, bei dem Punktestand steigen die Punkte ein bisschen schwerfältig noch. Yes, Hilfe. Ah, verdammt mich. Oh, wie viel... Äh, das ist ja so eine scheiß Stelle. Oh, ich hätte das Heißersetzen müssen. Ich volltrottel. Ja. Ich habe dich doch vorher getroffen. Jetzt. Gut. Selbst, der damit die scheiß Stelle weg ist. Wenn ich jetzt zwei Flugzeuge hätte noch zusätzlich, wäre das Ganze viel einfacher. Wisst ihr das? Ja, auf dich beilein mir gleich mal drauf. Wenn wir nicht selber getroffen werden, wir werden immer zu. Das ist einfach nur scheiße. Oh ja, es kommt da von links. Klar. Das Ende da auf einmal seine Richtung. Von was bin ich, wenn ich jetzt getroffen wurde? Ich sollte mal ein bisschen aufpassen. Aber dumm, wie ich bin... ...werde ich immer zu getroffen. Alter, Falter, alter, Falter. Meine Fresse, selbst steht. Oh, wie viel denn noch? Sprite, Leg oder...